Das wäre hier irgendwie falsch. Genau da waren sie. Wir lassen es jetzt einfach. Ich glaube, sie haben noch nie etwas fallen lassen. Wahrscheinlich sowieso nur Rubine. Die hier möchte ich. Wir bomben. Ja, vier Bomben, Leute. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Bomben die vier Bomben weg. Und wenn wir keine Bomben mehr haben, kommen wir wieder hierher. Zwölf Bomben wären ja mal geil gewesen. Schade, dass sie nichts haben fallen lassen. Wenn wir sterben, Leute, speichern wir. Ich möchte das bis hierher speichern. Eine Uhr. Wir bomben. Schade. Schade, schade, schade. Schade, Leute. Ach, gehen wir einfach durch. Okay. Einfach war es nicht. Aber wir sind durch. Wir brauchen auch noch mal Bomben. Schade. Okay, ich weiß nicht mehr. Ich gehe jetzt nach unten. Haben wir das schon durchgemacht? Nein, hier war ja die eine Leiter. Genau. Äh, die eine Treppe. Das heben wir uns auf. Wir gehen jetzt nach oben. Und hier. Genau hier konnten wir Bomben. Nein. Ja. Nein, dann gehen wir jetzt da weiter. Petra has the map. Petra has the map. Okay, also wir haben hier den Hinweis, wo wir die Karte finden. Okay, entweder links oder oben ist der Boss, Leute. Wir haben hier noch eine Bombe. Ich möchte da rechts auch noch Bomben. Wir holen uns jetzt also wieder Bomben, Leute. Und dann bomben wir da weiter. Das ist echt blöd. Dieses Dauernd hin und her. Ja. Und dann geht's. So. Hier sieht doch noch. Vielleicht habe ich ja Glück und sie lassen Bomben fallen. Ich glaube zwar nicht, aber egal. Kostet uns ja nur Zeit. Ja. Sie hat nichts fallen lassen. Äußerst schade. Bombe. Bombe. Nein. Bombe. Nein. 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 Ja. Wenigstens einmal Bomben, Leute. Dann können wir dann beim alten Mann Bomben. Und wenn da nichts ist, können wir das ausschließen. Und das ist super. Leute, wir kriegen, glaube ich, so viel Geld. Ich glaube, dann kaufe ich uns auch noch Bomben wieder, wenn wir sterben sollten. Dann müssen wir zwar wieder den ganzen Weg hier einfach durchgehen, aber egal. Ja, Bomben. Und jetzt nochmal. Gib mir Bomben. Okay, immerhin viele Rubine. So, also. Den alten Mann da oben. Da können wir rechts noch Bomben. Wer ist eigentlich Petra? Wo haben wir die Karte nochmal her? Ich weiß nicht mehr. Nein. Okay, also hier haben wir eine Sackgasse, Leute. Hier geht es nicht mehr weiter. Das finde ich so toll. Dann gehen wir jetzt hier links weiter. Da können wir noch zweimal Bomben. Die Fledermäuse sind wieder da. Dann besiegen wir die zuerst. Habe ich so drauf geachtet, dass ich die Fledermäuse bei mir vergessen habe. So. Bomben wir mal hier nach oben. Und nach unten. Nichts. Okay. Hier ist nichts. Ich möchte nach unten. Da ist eine Leiter. Äh, eine Treppe. Moment mal. Also erstmal möchte ich jetzt hier Bomben. Nichts. Okay. Wo führt diese Leiter hin? Wir tauchen jetzt links auf, Leute. Sind wir jetzt etwa bei dem anderen? Okay. Ja, erwischt. Wir haben hier Bomben. Nein. Wir haben so drei Bomben. Die werde ich hier alle verbrauchen, Leute. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Nein. 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 Okay. Ja, da sind wir. Hier nach oben. Dann sind wir wieder bei der ursprünglichen Treppe. Also da brauche ich jetzt noch zwei Bomben, Leute. Gebt mir Bomben. Keine Bomben. Okay. Das ist sehr geil, Leute. Das ist sehr, sehr geil. Wir holen uns wieder Bomben. Okay. 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 ich würde das so geil leute bis hier ist schon alles erkundet haben oder dass wir schon so viel erkundet haben oh jetzt ist da unten einer ich glaube den möchte ich zuerst besiegen der ist mir zu nah ok jetzt ist er weg super auch weg keine bomben leider nein nein einer hat doch bestimmt wieder bomben nein keine bomben leute da müssen wir jetzt noch weiter zurück zum anfang da gab es ja diesen einen raum mit den ganz vielen zauberern da haben wir auch bomben bekommen da gehen wir jetzt hin ich glaube der war direkt hier oben das ist nicht gut oh 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 einer weg ja hier links war er glaube ich ja bomben leute wir haben wieder bomben das gefällt mir sehr gut wir können ja nochmal nachsehen ob jetzt vielleicht hier unten die monster auch wieder gespawnt sind und uns nochmal bomben geben wenn wir eh schon wieder hier sind nein leider nicht schade das wäre jetzt einfach zu geil gewesen hier leider auch nichts eine uhr perfekt eine uhr perfekt eine fee eine fee auch perfekt auch mit bomben naja also wir können uns definitiv leute beide tanke und genügend bomben wieder kaufen dann so hier unten noch zwei bomben dann hätten wir das auch fertig nein und nein okay ich möchte über den weg zurück leute so wir hatten hier schon gebombt da bin ich mir ziemlich sicher oder oder hatten wir ich bin okay ich bin plötzlich gar nicht mehr sicher ich möchte nochmal bomben okay hier ist definitiv nichts okay so hier gibt es wieder eine bombe wo ging es denn dahin hier hatten wir schon gebombt das weiß ich noch das heißt bis hier sind wir komplett durch da könnten wir nach links bomben eventuell wir hatten auch das hier glaube ich schon komplett durch deswegen gehe ich jetzt mal nach oben eine bombe fehlt uns bis jetzt nur die kriegen wir vielleicht hier wo 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 Wow Au, da habe ich mich selbst verbrannt Okay Leute, wir versuchen wieder überall zu schubsen Äh, zu schieben Und da gibt es auch eine Bombe Aber warum schiebe ich denn gegen die Wand? So, dann geht es nach links oder nach rechts? Ich will wieder Bomben, Leute Und bin dann am überlegen, ob ich jetzt einfach weitergehen soll In der Hoffnung, ich kriege die Bomben Oder ob ich wieder zurückgehen soll, um die Bomben zu holen Als Belohnung für die Gegner, die wir hier besiegt haben Hätte es ja ruhig Bomben geben können Okay, es sind mittlerweile viel zu viele Sachen, wo wir Bomben brauchen, Leute Ich will wieder welche holen Wir gehen wieder zurück So, und zwar ab hier brauchen wir wieder Bomben Aber in die Treppe gehen wir noch nicht Einfach durch Komm schon, gib mir Bomben Wir hatten ja mal den Hinweis, jeder 10. gibt eine Bombe Aber irgendwie stimmt das so gar nicht Wir haben nämlich hier gerade 5, 6 Schleime gerade getötet Davor auch Ja, Bomben, Leute Da müssen wir gar nicht mehr ganz so weit zurück So, also hier Eine Bombe Nein Wie sieht es hier aus? Eine Bombe Nein Ich möchte nicht nach oben Ich möchte nach links weiter Da gibt es auch zwei Möglichkeiten für Bomben Nein 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 Okay, das heißt, bis hier haben wir alles durch Gib mir Bomben Warum keine Bomben? Gehen wir hier weiter Allzu viele Möglichkeiten in diesem Dungeon gibt es ja auch gar nicht mehr Mittlerweile Ich habe wieder volles Leben Wow Aber jetzt haben wir zwei Treppen, Leute Wir kommen nach rechts Das heißt, dass wir sind hier eigentlich Wo kommen wir denn da jetzt dann hin? Bomben! Geh mal woanders hin Danke Okay Mal hier untersuchen Und ich werde auch hier gleich Bomben Aber sonst gibt es hier nichts Okay Bomben wir Nein Ja Nein Nein Mist Au Ich Ja